Ich bin Jessica und AFM-Mitglied und arbeite ehrenamtlich für die Veranstaltung Ü50 der AFM, die einmal im Jahr stattfindet. Entstanden ist es, weil damals sehr viele jüngere Mitglieder da waren und es gab sehr viele Veranstaltungen für jüngere Mitglieder, aber nichts für die Älteren und daraus ist die Idee gestanden, wir machen mal eine Veranstaltung für die Zielgruppe Ü50. Ja, es ist total wichtig für uns und den Verein, dass wir mit unserer größten Mitgliederbase in Kontakt kommen, in den Austausch gehen. Die Gesellschaft wird auch älter und in unserem Verein merken wir das natürlich auch, dass wir da eben auch Angebote finden, Austauschformate finden, um auch zu hören, zum einen was bewegt eigentlich die älteren Mitglieder in unserem Verein, was wird da gebraucht, wie sind die Sichtweisen auch auf unseren Verein und andererseits genauso, wie bringen wir spezifisch auch dieser Altersgruppe unsere Themen näher. Das besondere Rahmenprogramm heute ist, dass sich nochmal USP vorstellt, die laden wir alle paar Jahre mal ein, weil wir glauben, dass Kommunikation Vorurteile abbauen kann. Für mich ist es einfach, die Stimmung und das Ganze und dazu gehöre ich kein Gefühl als Fan, ich gehöre dazu. Es ist einmalig, also der Klub ist einmalig und auch die ganze Fettgemeinde sind einmalig. Sehr, sehr gute Veranstaltung wirklich jedes Jahr, eigentlich so um eine ähnliche Zeit und ich glaube, passt immer ganz gut, dass man so ein bisschen die Idee, was hat man sich vorgenommen für die Saison, was machen wir vielleicht so auch drumherum, die Neuzugänge, der ein oder andere kann sich hier vorstellen. Das ist eigentlich immer eine recht runde Sache in entspannter Atmosphäre, auch mal ein bisschen den Austausch zu suchen.